Alle! 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 Was Kinder hier in den Kids Camp machen, ist viel Lehren, viele Übungen, die wir haben. Die Kids können hier viel profitieren mit der hohen Qualität von Profitrainern. Und am Schluss ist es die Freude, die überwiegt über das Ganze. Wir haben viel technische Sachen gelernt und auch sehr viele Sachen, die einfach Spass haben gemacht. Und man nimmt wirklich sehr viel mit und ich glaube, man wird zu jedem Tag ein bisschen besser. Also mein Highlight war heute Essen mit den Spielern. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wünsche mir, dass die Spieler hier waren und dass wir morgen in die Match sind. Ja, Freude und auch Freude sind schon wirklich dabei. Hopp du! 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 Vielen Dank.